Die Treiben jetzt ihre Jungs zusammen. Das sehen wir auch. Ich schlage Feuer, sputet euch ein wenig mehr. Oh, alte Schmiede. Dann kriegen die es mit. Venga aquí, amigo. Habe kein Bild mehr. Führ auf die Waffe. Oh, oh, der Hund. Mord schneller. Komm, Jungs. Oh, oh. Alter, scheiß, die Wandern. Hier sind so viele Gegner. Lasst uns bloß in Ruhe. Schnell einsteigen. In welchen denn? In denen hier oder was? Wo seid denn ihr Jungs? Hä? Ich will auch einsteigen. Hä? Was sind denn hier? Hier. Ach so. Gott sei Dank. Ich habe sie verloren. Das wäre es jetzt gewesen. Also, schnell hier weg. Mit dem Abgriff auf mein Zeichen warten. Diese Daten. Sie enthalten Opferprognosen. Opferprognosen? Für Städte. Überall in den USA. Delete. Lexington. Oh, ich auch. Kick, wir verlassen gerade die Basis. Erfüllung. Halte durch. Evakuierung in zwei Minuten. Das ist Mundin da. Sie kontrollieren die Wagen. Spielt mir mit. Halte an, aber sei bereit. Halte! Was passiert da? Der Mann hat uns an den Berimitro. Wir verifizieren uns an den Berimitro. Wir haben keine Zeit für das. Hey, stop auf der Motor. Geh dir die Mascher. Geh dir die Mascher. Geh dir die Mascher. Geh dir die Mascher. Okay. Logan, haben wir es geschafft? Loi. Fertig, die Trucks da unten. Schulte sie auf. Hermin. Oh, ich bin dran. 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 Den haben wir auf. Den haben wir auf. Den haben wir auf. Bam. Hihi, das ist ja gut, die meisten. Ich bin schon dabei. Das ist ja eine Chance. Hihi, mit dem Eis ist cool. Nein, ich doch schon. Hihi. Das macht Spaß. Ich bin schon dabei. Das ist geil. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Boah, cool oder was? Ich bin schon dabei. Wie geil. Ich bin schon dabei. Coole Reduktion. Jetzt aber schnell weg. Ich bin dabei. Sehr gut. Boah, scheiß die Wandern. Coole Mission. Trinken. Krönen. Sir, Sie sind an Bord. Haben die Daten irgendwas ergeben? Ja. Das Raketprogramm der Föderation wird in einer Fabrik am Hafen von Rio entwickelt. Oh. Oh. Ja. Oh. Oh. kranker Scheiß wir sind in Position grüne Borden das gab es so in der Uni im Spiegel gesehen das Bild kommt Hallo die letzte Patrouille nähert sich verstanden sind das alle? ja, die Rette ist voll wir sehen uns oben Logan, Kamera einziehen, los jetzt hol wir sind unter Geil Hallo du siehst so eine Scheiße aus Sprengsätze an oh ist das Fies oh ist das mies so bestimmt hier hochbar oder? Flaschen weg und nach oben nach oben Alter geil oh 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 kick das oh 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 Wir kommen hier einfach an die Granade. Das ist nicht so gut. Heli sind gut. Du stehst ein bisschen im Gegensatz. Ja, ja, ja. Wird schon dabei. Wie viel zu viel Munition, ey. Vier Mann räumen hier die ganze Plattform auf. Das ist so geil. Was haben wir hier? Zweitwache? Pistole. Ich nehme hier auch lieber die Acker zu. Ich habe noch ein bisschen Muni-Kollege. Wie haben wir die? Sieht cool aus. Wer ist denn bei der? Cool. Na, macht Naomba. Ja, Mann. Wie geil. Schrift 2. Die Feuerregulierung überladen und das Ding in die Luft jagen. Druck, dann Feuer. Okay. Bereit machen. Oben dann Feuer frei. Oh Mann. Ich muss noch ein paar Gegner sehen. Ich muss noch ein paar Gegner sehen. Stopp doch. Meine Krise. Ich habe nicht gesehen. Komm raus. Wie lange? Komm raus. 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 Wir fahren nach Schuss. Oh, hallo. Komm raus. Okay. Wir wechseln jetzt mal auf die zweite Waffe. Okay. Dann wollen wir mal vorrücken. Da ist ein ungeschütztes Ziel. Wo ist ein ungeschütztes Ziel? Da. Oh, komm cool die Waffe. Ich folge die Marek. Ich folge die Marek. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Mach lang. Fällt mir die Waffe hier. Sprengschnur. Platz jeder Sprengschnur. Dann mach mal Sprengschnur ran. Wie ist das cool? Coole Sache. Wir sind drin. Gehen über die Ostseite. Verstanden. Deine Sache. Druckregulatoren sind da vorne. Bewegung. Okay. Dann mal los. Vorsichtig. Hash auf mein Zeichen. Los. Die Ecken sichern. Das muss jemand gehört haben. Ach nee. Wirklich. Geil. Ey. Wie geil. Revolver und Schrotwinte in einem. Eine Ladung an diese Tür, Logan. Wir müssen los. Komm Schatz. Das ist doch eine große Ladung. Naja. Das war gut nix. Tür ist hin. Blankgranate. Oh fuck. Dann mach einer rein. Wisst ihr wie das geht? Bitte Nilo. Die Ladung. Oh. Gefahr zurück. Bisschen zu viel des Guten. Ne. Ne. Jetzt hab ich nicht die Resten. Ne. Jetzt hab ich nicht die Resten. Ne. Ah. Okay. Okay. Ein bisschen weiter vor gekommen. Geht los. Aufpassen. Wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Schnauze. Oh. Wie cool. Schalt ab Kleiner. Nein. Ihr jagt die Hochfackel wie genug. Stopp. Scheiße. Was soll das? Ihr werdet nicht mehr genug weg. Boah. Die Hochfackel ist aus. Bleib vom Votum weg. Da oben wird es gleich unangenehm. Verstanden. Ist es sicher. Also gut. Dann nach oben. Ruhigbleck. Die Hochfackel ist aus. Auf meinen Befehl. Feuern. Okay. Boah. Alter. Ganz schön bin ich hier oben. Warte noch. Uuuh. Unter. Feuerstreich. Eintrig nein. Alter. Eintrig nein. Leider schwer. Nicht so gut. Bleibs hier. Bleibs hier. Bleibs hier. Okay. Gehen wir hier mal rein. Oh. Oh. Das ist auch knapp. Kurze. Pause. Boah. Paketenwarten. Kommt ihr her. Okay. Boah. Das ist schwer. Keine Muni ey. Eine Fresse. Eine Muni. Hier piept irgendwas. Hier piept irgendwas. Das ist wirklich ein bisschen gut. Wir haben ein Heli für die Evakuierung. Lassen ihn warm laufen. Cool. Verstanden. Sind zwei Minuten vom Kommando-Affekt. Komm über die Nordseite. Wir warten nach euch. Wenn man heute Feuer ausscheiden war. Wie ich das jetzt so mitgekriegt habe. Unauffällig. Ich habe eine Schrollflinte. Hehehe. Und du? Ich finde das ganz unauffällig. Boah. Ja. Hey. Robot abschieße. Ich habe noch Spaß mit der Kugeln. Ah. Jetzt haben wir wieder Muni gezahlt. Oh. Wir sollten bleiben nun auch. Alles klar. Haben wir keine scheiß Brauchmassen auch. Alter. Hier piept. Oh. Das ist knapp. Verstanden. Wir schützen unsere Antwort. Ah. Das ist eine gute Idee. Kommando-Zentrum voraus. Los. Was.